Grüß Gott, bitte ein Bladl extra Wurst. Ja, und jetzt krieg ich noch ein Bladl Kantwurst. Und gehen Sie, wenn Sie mir die Kantwurst bitte extra einpacken wegen einem Aroma. Und jetzt krieg ich noch ein paar Würstchen, aber ganz fein aufgeschnitten. So, danke, ist alles. Wie viel macht's? 8,50. Jetzt hab ich wieder nur einen Tausender eingesteckt. Bitteschön. Könnten Sie mir den Tausender in Schilling rausgeben? Entschuldigen Sie, ein Sackerl wären Sie noch ein für die Schilling. Dankeschön. Dem Faschistoiden-Nazifleisch habe ich es jetzt wieder gegeben. Die Sieg in Ostkirn haben Sie wieder geschickt. Danke, danke, danke. Sonnen Sieg in Ostern. Danke, danke. Danke, danke. Das war's schon mal. Danke, danke. Vielen Dank.